Oh, Steve is robbed, aber ist noch passiert. Scheiße, ich hab ihn geklickt. Jetzt bin ich auch ein Schreiber. Ich muss nicht schauen. Spoiler Alarm, dann bist du kaputt. Wieso nehmen die ja nicht jedes Mal diesen Geschiss an den Chairman? Bin ich? Bob? Ja. Lowei. Honey, fuck up! Yeow. Yeow. Hallo? Hallo. Hä? Hey, ho. Ich kann da nicht rein, was ist jetzt los? Bist du zu fett? Ah. Ist ja noch mega. Warum brennt er schon wieder alles, Alter? Warum vergassst du eh schon wieder alles? Warum ist er denn mit VIP drauf, ihr Idiot? Komm, komm, wir mal raus, bitte. Wir werden VIP sein, oder VIP sein lassen. Hau zu fett. Oh, fuck, hat er weggelebt. Dann brauchst du nur einen Anstupser geben und der stirbt. Wieso steht er da drin? Ist er doof? Ist er doof? Ist er doof? Das war's du. Das war's du. Was nicht du. So viel zum Backup. I need backup. Wieso spielen wir denn jetzt mit VIP draufs? Weil er Steve ja respawned ist. Was will ich schon einen haben müssen, weil er bei mir nicht mehr gestanden ist. Du bist gestorben, Alter. Komm hier raus. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ah, Lukas. Das war's. Das war's. Was? Wieso bist du weg? Was? Ich bin weg. Ja? Ist bei dir das Spür geschmiert? Mhm. Ja, Sato, kommst du breiwein, ich sag noch klar. Hoppalla. Ist das unsere Drucker? MANN Wo sind die Donuts, wenn man sie braucht? Das sind unsere Drucker da? Geht weg, alter. Ja, das sind unsere machen. Mowens. Alles Mowens. Ich hab grad eingesehen. Ich bin zu doof ihn zu finden Das schmeckt Martin habe ich am Verrunkel Was hast du? Gut, mir hängt nichts am Arsch Hier hat gerade jemand die Kameras zerschlossen, ich weiß nicht wer Das ist nie passiert Wenn man zu fett ist und über einen Zahn zu springen Tja, musst du abnehmen Aha Ihh, Prototyp des Lachers 9000, Alter, muss auch nehmen, oh genau Das ist doch der billigste Trick des Jahrtausends Ich fall draus rein Ja eben Was für Trick geht's? Kameras ausmachen Dann Gas zünden Wenn ich rein kommen und es reparieren bleibt Alter, wie er fehlt mir Nicht so Gibt nochmal eine Kamera, auch interessant Gibt nochmal eine Kamera, auch interessant Und auf dieser gibt es nichts zu sehen Ja, dieses Gepiepe von dem Typ, der da immer reinrennt, nervt ja übel Gepiepe Kann denen das nicht schießen Gedeutet Gepiepe 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 Hatte sie gesehen, den Sk saja Einen Hinsen No, es war hinter mir Ich bin schneller gestorben, als ich konnte mich umdrehen Ich kann sagen, dass ihr Das war der. Okay. War's wenigstens in der Nähe? Easy. Weißt, Steve, du hättest schießen können, als ich da in Pipa gestanden bin. Bist du in die Tresor-Tree gestanden? Ja! Das war's. Ja. Die. Ah, wenn du SWAT, okay. Nein, ich bin richtig. Das ist das Gleiche. Nein! SWAT hat ein Wärmebildvisier. Das ist ein Unterschied. Das war's schön. Oh! Ah, jetzt ist der Krypto-Miner. Das ist ein Krypto-Miner, Harry! Alter, na, hä? Ich bin nicht drum. Ja! Ah! Wow! Logik! Was ist das Cash? Da steht eine Zentrale rum. Und der andere ist beim Pip. Wie ist der Pip tot? Ist der Pip tot? Waaay, ja. baru! Das ist ein grünes Unanget. Ok, schon! Ok. Jo! Nimm mich hin. Werder VIP, ein roter, ohne Mütze. Ihr scheißen. Ey. Ich bin extra so... ...da rumgeslidert. Was sehen? Weiß ich nicht. Tot. Aussehen, du. Kann ich, kann ich Massenmord machen. Nein. Ja, yeah. Was war das denn? Ich hab grad mehr Fahrzeug oder Menschen bin gar nicht gefahren. Du kannst die auch von außerhalb platzieren. Ja. Nur so für die Zukunft. Ja, aber es hat China kaputt gemacht. Nichts. Oh, nicht offen zu legen. Oh, du bist gleich gefahren. Was für das? Da freu ich mich drauf. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ich hab mich drauf. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh. Oh, schade. Ich hätt mich auf den Trick gefreut, bitte. Ja, hätt ich mich auch. Ja. Ich bin bereit, jederzeit. Ey, what the fuck? Locker ist du. Oh, hi, ich bin noch in der Bahn. Na. Kannst du mir doch sagen, wie, was ich für einen Skin hab? Erstlich. Na. Du kannst rechts oben schauen, du Koffer. Ja, eh. Aber, na sag mal, was sag ich? Erstlich mit Monobohren. Meine Hände passen nicht zu dem, was oben rechts ist. Der passt bei mir auch nicht. Der passt bei mir auch nicht. Der passt bei mir auch nicht. Ich hab die falsche Klasse ausgewiesen. Sagt bis jetzt immer passt. Ah, was ist bei dir falsch? Es war mir, wie es ja nie passt. Ich hab immer die Kamera ausgedrückt. Ip. Amen. Hey, es leckt, es leckt, es leckt, es leckt, es leckt, es leckt. Noch einer weg. Ich hab ihn verhaften lassen. Das war vorher gekriegt. What the fuck? Es hat er wieder ausgeschätzt, der Herr. Klotz die Steiner. Nein, hab ich nicht. Ich bin unschuldig. Oh, war das grad schön. Man kann sich ja nicht mal umschauen, wenn man so schnell hieß. Ah. Keurio. Ich soll die Runde schnell beenden. Bitte, Typen. Ey. Ich kann nur garantieren, einer von denen. gehen mit Böse sein. Eigentlich nicht. Inge, ich finde die Taktik, die was... Ich rufen so. Geht. Du musst deine Hackfresser nicht so verstecken, Glotze. Du kannst die Maske wieder abnehmen. Du kannst die Maske wieder abnehmen. Hm. Er legt noch auf. Na? Okay. Damit soll der Papier hinterm Kopf spazieren. Was? Wo? Will ich hier jemanden das Feuer löschen, bitte? Nein, doch nicht. Ich will mich nicht vergasen lassen. Ich will mich nicht vergasen lassen. Ja! Nein! Nein! Aber das hat überhaupt nicht geklappt, der Trickplatz. Bin ich überhaupt anwesend? Ah. Ja, er hat gerade vorher geglaubt. Ja, du bist da. Servus. Ja, was macht ihr denn? Ich komme ja nicht einmal mehr raus.